Hallo, ich bin Valentina, Gründerin von Unique Fitness, ein Fitnessstudio für funktionelles Training in der Kleingruppe im Herzen von Bonn. Herzlich willkommen beim Projekt Fitter in sechs Wochen. Beim sechs Wochen Projekt trainieren wir sechs Wochen lang, dreimal pro Woche zu festen Zeiten in einer festen Gruppe. Dabei arbeiten wir zeitgleich an deiner Ernährung und an deiner Regeneration, sodass wir im Prinzip ganzheitlich an deiner Gesundheit arbeiten. Am Anfang des Projektes messen wir deine Werte, wenn du das willst, besprechen deine Ziele, warum bist du hier, möchtest du zunehmen, möchtest du abnehmen, möchtest du dein Gewicht halten, möchtest du wieder in Form kommen und dann arbeiten wir sechs Wochen lang daran. Beim sechs Wochen Projekt vermitteln wir Wissen über Ernährung und über Bewegungsqualität. Bei der Säule Ernährung arbeiten wir nicht restriktiv, wir schreiben nicht vor, was du essen solltest. Unser Ziel ist, dass du mehr Bewusstsein gewinnst, dafür wie du dich ernährst, was du zu dir nimmst, wann du das zu dir nimmst, sodass du das einfach nach dem Projekt nachhaltig beibehalten kannst. Valentina hat immer das 80-20-Prinzip. Es gibt halt immer Leben und das kommt einfach immer dazwischen und diese komplette Restriktion, das ist auch nicht gut und dann macht es keinen Spaß mehr. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann machst du es nicht. Bei der dritten Säule, Regeneration, legen wir viel Wert darauf, dass man sich vom Sport, vom Training, vom Alltag, von allem regeneriert. Der Punkt wird sehr oft übersehen. Das beste Training hilft nichts ohne entsprechende Regeneration. Du kommst hierhin dreimal die Woche, nimmst hier eine Stunde deiner knappen Zeit, bekommst erstmal immer ein paar Minuten theoretischen Workshop über bestimmte Themen, Ernährung, Atmung, Alltagsbewältigung und dann geht es ab ins Warm-Up. Wir machen ein funktionelles Training in der Kleingruppe. Das heißt, wir trainieren den ganzen Körper mit Freigewichten oder mit dem eigenen Körpergewicht. Das Programm ist komplett individualisiert. Das heißt, jeder arbeitet auf seinem eigenen Leistungsniveau. Jeder bekommt seine eigene Version von den Übungen, sodass jeder genau dort arbeitet, wo er gerade leistungstechnisch steht. Und das gemeinsame Training ist halt, finde ich, so mit das A und O auch. Man ist also nicht alleine. Man muss nicht alleine durch ein überfülltes Gym rennen. Der Coach ist die ganze Zeit da und hat immer ein Auge auf deine Ausführungen, was ich super finde, weil ich genau weiß, wie schwer es ist, immer zu gucken, bin ich gerade in der richtigen Position. Das ist oft in der Eigenwahrnehmung nicht ganz so super festzustellen. Deswegen finde ich es super, dass immer jemand da ist, der von draußen drauf guckt und nochmal nachjustiert. Und jetzt kommt das mit der Fressatmung wieder. Ich bin halt hergekommen zum Stärkerwerden, also eigentlich wegen dem Sportaspekt. Und habe aber dann den Ernährungsaspekt und den Regenerationsaspekt viel, viel intensiver kennengelernt, als ich mir das so vorgestellt hatte. Und das war sehr, sehr cool, sehr, sehr lehrreich. Und sich auch mal selbst zu reflektieren. Ich glaube, das macht man viel zu wenig so. Also sein Ernährungsverhalten oder generell. Ein super Einstieg wieder ins Training. Ja, und weil es einfach eine coole Community ist. Also es ist nicht nur, ich gehe zum Sport und gehe dann wieder, sondern auch so ein bisschen noch drumherum passiert was. Das ist ganz schön. Es ist immer witzig. Macht immer Spaß, wird viel gelacht. Natürlich auch ernsthaft Training gemacht. Aber ja, schon ein Punkt, würde ich sagen, der hier besonders ist. Das Ziel vom Sechs-Wochen-Projekt ist, dass du mehr Bewusstsein gewinnst für deine Ernährung. Dass du besser zur Ruhe kommst. Und dass du die Grundlagen vom funktionellen Training erlernst, damit du in das Training einfach stressfrei starten kannst. Dass du einfach ein besseres Bewusstsein hast für deinen Körper. Das ist ein bisschen besser. 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 Das ist ein bisschen besser.